Ja, gut gemacht. Flanke kommt. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Super Technik hier beim Abschluss mit dem Innenriff platziert. Die Vorwärtswägung jetzt. Und jetzt die Chance. Das zieht er ab. Der passt ganz genau. Macht nur da den Zubat. Jetzt wird es gefährlich. Jetzt vielleicht. Eine starke Parade. Das könnte gefährlich werden. Super Trick. Er kommt. Jetzt schießt er. Der passt. Stark gemacht. Der Angriff wird was werden. Sie haben immer noch den Ball. Der passt. Nichts zu halten hier. Der war unheimlich. Einfach sehr gut platziert. Da hat er überhaupt keine Probleme beim Abschluss aus kurzer Distanz. Früh wird er jetzt gestört. Schöne Zuspielen. Und jetzt die Chance. Phänomenal. Ohne Worte. Super vorbereitet das Tor. Das muss auch mal gesagt sein. Damit setzen sie ja noch ein Tor drauf. Alles in Griff. Ganz souveräner Auftritt heute. Das könnte eine Gelegenheit werden. Das macht er ihn. Ein fantastischer Treffer. Ein Tor für die Moral. Zumindest die Mannschaft hier liegt vollständig auseinander. Jetzt muss er doch hinter sich bleiben. Aber hat er bisher so stark gehalten? Aber da war nichts zu machen. Jetzt schießt er. Da haben sie Glück. Der Ball geht knapp am Tor vorbei.